Aufschrei unter Kinderlosen. Sie sollen künftig noch mal mehr für die Pflegeversicherung zahlen. Der Beitrag für Mütter und Väter bleibt dagegen gleich. In Deutschland herrscht nicht erst seit der Corona-Pandemie Pflegenotstand. Speziell Fachkräfte in der Altenpflege fehlen und werden zu niedrig bezahlt. Das soll sich durch die Pflegereform ändern. Auch deshalb sollen Kinderlose künftig 3,4 % ihres Bruttolohns zahlen statt 3,3 %. Menschen, die gewollt, aber auch ungewollt keine Kinder haben, fühlen sich durch die höheren Pflegebeträge wieder mal abgestraft und auch finanziell benachteiligt. Darüber wollen wir sprechen mit Frau Dr. Verena Brunschweiger, Lehrerin und Buchautorin, sowie mit Ökonom Martin Werding, Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum. Frau Dr. Brunschweiger, Sie fühlen sich benachteiligt und bestraft. Als Kinderlose sollen Sie künftig noch mehr in die Pflegeversicherung einzahlen. Was genau stört Sie? Ich habe vorhin wieder mit Leuten aus dem Volk gesprochen und die sagen mir alle, die auch entweder kinderfrei oder kinderlos sind, sie sind ja ohnehin schon die Melkkühe der Nation und fühlen sich also in jeder Hinsicht ausgenommen wie Gänse. Wir zahlen eh schon 3,3 und nicht wie die Eltern 3,05. Und jetzt soll es noch mal mehr werden. Immer noch und noch und noch. Wieso eigentlich, wenn wir längst wissen, dass wir zum Beispiel in die Klimakatastrophe schlittern mit dieser exponentiell wachsenden Bevölkerung und so weiter und so fort. Also das ist das völlig falsche Signal meiner Ansicht nach. Fragen wir mal nach bei Herrn Werding, höhere Beträge für Kinderlose. Ist das aus Ihrer Sicht gerechtfertigt? Vielleicht zunächst mal, man muss die Kirche da ein bisschen im Dorf lassen. Mit diesen 0,1 Prozentpunkten des Beitragssatzes geht es, je nachdem wie hoch das Einkommen ist, um Beträge zwischen 1,10 Euro und 4,80 Euro im Monat. Das ist jetzt vielleicht, ja, gerade weil es auch einkommensabhängig gestaffelt ist, ist nicht das große Problem. Es geht natürlich um das Grundsätzliche. Und da würde ich schon sagen, dieses Gefühl, Merkur der Nation zu sein, das ist weit verbreitet. Familien haben nicht so unrecht das Gefühl, dass sie mit ihren Leistungen bei der Erziehung von Kindern unser Sozialsystem, die ganzen umlagefinanzierten Sozialversicherungssysteme stützen und fühlen sich daher auch ausgenommen. Herr Werding, bleiben wir gleich noch mal bei Ihnen. Es gibt ja viele Gründe für Kinderlosigkeit. Ist es nicht unangebracht, Menschen ohne Kinder politisch zu bestrafen? Ja, die Regelung hat natürlich zwei Seiten. Es geht nicht darum, Kinderlose zu bestrafen, sondern es geht umgekehrt darum, Menschen, die Kinder haben, hier ein Stück weit zu begünstigen, weil sie Aufwendungen, und die sind nicht gering für Kinder, ein Kind zu erziehen kostet, wenn wir Einkommensverzicht und dann auch die direkten Kosten zusammenzählen, also sicherlich so viel wie ein Luxusauto, sechsstellige Eurobeträge im Lauf der Jahre, die ein Stück weit dafür zu entlasten, bei der Finanzierung eines umlagefinanzierten Sozialversicherungssystems, dessen Leistung, und das ist eine Besonderheit der Pflege, die ja auch noch stark davon abhängen, ob man nun Kinder hat oder nicht. Wer Kinder erzogen hat, nimmt später mit wesentlich geringerer Wahrscheinlichkeit die hohen Leistungen im Falle stationärer Pflege in Anspruch, sondern da wird viel mit häuslicher Pflege eben im Familienkreis geregelt. Und die Regelung hat auch gar nicht die Politik erfunden, sondern die wurde vom Verfassungsgericht mal eingefordert. Die genaue Umsetzung stammt dann von der Politik und ich finde sie auch gar nicht so wahnsinnig toll. Aber das Verfassungsgericht hat gesagt, dieser Beitrag, den Familien leisten zur Stützung des Sozialsystems, das muss sich in einer Ermäßigung des finanziellen Beitrags niederschlagen. Frau Brunschweiger, Sie sagten, in Ihrem Freundeskreis fühlen sich viele als Melkühe der Nation. Nun handelt es sich ja bei dieser Erhöhung um 0,1 Prozent des Bruttolohns. Das sind ja vergleichsweise geringe Beträge. Naja, es geht ja nicht nur um diese in der Tat jetzt nicht so besonders hohe Summe, aber es geht ja darum, dass viele kinderfreie Leute einfach in Lohnsteuerklasse 1 sind und sowieso schon alles finanzieren, dass die Eltern sowieso schon Kindergeld kriegen. Und zwar immens hohe ist es auch noch, steigt pro Kind anders als in progressiven Ländern, wie beispielsweise in England, wo es für das zweite Kind dann weniger Geld gibt. Und das ist der richtige Weg. So muss das laufen. Wenn wir überhaupt noch in die Situation kommen wollen, dass wir irgendwann Rente oder Pflege brauchen. Weil bei der aktuellen klimatischen Katastrophe, in der wir schon sind und die sich ja auch verstärken wird, wird irgendwann in ein paar Jahren in den Ressourcenkämpfen und sozialen Unruhen aufgrund der Klimakatastrophe kein Mensch mehr sich für irgendwelche Sachen wie Rente, Pflege sonstwas interessieren, wenn es ums nackte Überleben geht. Und ich will auch nicht, dass wegen mir und unseres ungezügelten Fortpflanzungswahns und unserer pervers pronatalistischen Bevölkerungspolitik vor allem in Deutschland, was bei der Geschichte schon höchst problematisch ist, Tierarten aussterben und alles total den Bach runtergeht. Was sagen Sie denn dazu, Herr Werding? Sie haben jetzt ein bisschen geschmunzelt. Ja, also unsere Politik pronatalistisch zu nennen, halte ich doch für stark übertrieben. Und wenn sie es wäre, wäre sie extrem erfolglos. Wir sind aktuell in der Situation, wo jede neue Generation bei uns zwei Drittel so groß ist, wie die vorhergehende Generation. Im Grunde sind wir für die nächsten 20 Jahre eins der am stärksten alternden Länder der Erde. Genau wegen dieses Geburtenrückgangs, gar nicht so sehr wegen der steigenden Lebenserwartung. Und ja, deswegen ist die Situation eigentlich in Deutschland, zumindest eine andere, als Frau Brunschweiger sie beschreibt, global. Und das ist wichtig, hat sie natürlich nicht ganz Unrecht. Aber auch deswegen müssen wir mit unserem Problem der alternden Bevölkerung und unserer umlangefinanzierten sozialen Sicherung klug umgehen. Denn global brauchen wir in der Tat, um Klimawandel und diese Dinge einzudämmen, allgemein ein langsameres Bevölkerungswachstum, idealerweise sogar eine Schrumpfung. Und das heißt, wir werden auch überall alternde Gesellschaften haben. Und darum brauchen wir Wege, wie wir da vernünftig mit umgehen. Möchten Sie darauf antworten? Ja, du krass. Das ist ja gerade diese Sache eben. Das berücksichtigt halt nicht, das ist ein bisschen kurzfristig gedacht, einfach mit dieser Umlage und so. Erstens, gestern habe ich gelesen, wir haben seit 1998, 1998, die meisten Geburten seither, also im März 2021. Das ist für mich eine katastrophale, schockierende Nachricht. Weil die Leute wirklich auch, man sieht, es geht ihnen überhaupt nicht um die Kinder. Es war ihnen im Lockdown langweilig. Okay, was machen wir? Also das finde ich desolat, das ist kein Wort wirklich. Und der andere Punkt ist natürlich gerade auch Klimaflüchtlinge, was uns Professor Schellenhuber ja schon seit Jahren erzählt und so weiter. Das ist natürlich auch was. Und die kommen alle zu uns. Weil Leute in Indien werden, 2019 wurden die schon erstochen im Kampf ums Wasser. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen rücksichtslos gegenüber dem globalen Süden, wie wir uns hier auch führen. Und dann muss man eben die Migranten auch stärker einbinden. Und da kommen ja auch viele junge Leute. Und da kann man dann nicht sagen wie die AfD, okay, ihr müsst jetzt leider draußen bleiben. Und wir haben hier unser nationalstaatliches Denken. Und das wollen wir auch in der Klimakrise und wenn eh schon alles nicht mehr funktioniert. Aber daran halten wir auf dem untergehenden Schiff fest auf Biegen und Brechen. Das finde ich einfach völlig falsch. Okay, Frau Brunschweiger, möglicherweise erhalten Sie natürlich mit Ihren Meinungen an dieser Stelle auch Applaus von der falschen Seite. Kommen wir nochmal zurück auf die Pflegeversicherung und die Kinderlosen, die dort einzahlen müssen, nämlich mehr als Eltern. Das sind ja, Herr Wehrdingen, kleine Beträge, die die Kinderlosen da zahlen. So ein Kollege hat gesagt, das ist monatlich etwa so ein Aperol Spritz. Aber es ist ja trotzdem ein Signal. Wenn jetzt kein Aufschrei kommt, müssen wir davon ausgehen, dass Kinderlose in der Zukunft immer wieder mal stärker zur Kasse gebeten werden als die, die eben Kinder haben? Also ich will ungern so in diese Diskussion darüber einschwenken, wer jetzt eigentlich vom Staat mehr ausgenommen wird, Familien oder Kinderlose. Wie gesagt, verfolgt fühlen sich da beide Seiten. Woran man vielleicht noch denken musste, ist, man hat die Kinderlosen zum Beispiel im Bereich der Pflegefinanzierung eigentlich seit 2005 geschützt vor Beitragssteigerungen. Denn als dieser extra Beitrag für Kinderlose eingeführt wurde, waren das 0,25 Prozentpunkte wie zuletzt. Und der reguläre Beitrag, den alle bezahlen mussten, war 1,7. Dieser reguläre Beitrag ist jetzt 3,05. Wenn man den Kinderlosenzuschlag einfach nur proportional miterhöht hätte, wäre er schon höher heute als 0,35. Das heißt also, man hat diesen Zuschlag, der eine bestimmte Funktion hatte, die das Verfassungsgericht endlich realisiert sehen wollte, dann im Grunde anschließend von 2005 bis jetzt, das sind über 15 Jahre eben nicht angetastet. Sie haben ja auch für die Bertelsmann Stiftung in einer Studie berechnet, wie viele Kinder tatsächlich zur Entlastung der Pflegeversicherung beitragen. Was ist denn da eigentlich herausgekommen? Gut, das ist eine spezifische Blickweise, die genau eben nur auf das Finanzielle abstellt, zum Beispiel nicht auf die Frage, was Kinder dann auch wirklich leisten im Bereich Pflege. Also wir haben dann für alle Sozialversicherungen mal geguckt, wenn ein Kind zusätzlich geboren wird, was zahlt es, wenn es sich ganz durchschnittlich entwickelt, lebenslang an Beiträgen in die jeweiligen Systeme ein, und was nimmt es selbst später an Leistungen in Anspruch. Und ich muss gestehen, ich müsste jetzt direkt nachgucken, was das Teilresultat für die Pflegeversicherung war. Aber in all diesen Umlagesystemen, insbesondere weil sie ja viel gewichtiger ist im Rentensystem, aber auch in der Krankenversicherung im Pflegesystem, bringen Kinder im Grunde für die Finanzierung dieser Systeme einen zusätzlichen Gewinn, von dem dann alle anderen eben auch die Kinderlosen profitieren. Und wenn man den Gedanken, den Frau Brunschweiger so ernst nimmt, also Kinder sind überhaupt irgendwie global nicht richtig, zu Ende denkt, dann hieße das, wir müssen ganz schnell raus aus dieser umlagefinanzierten sozialen Sicherung, sondern es müsste dann wirklich jede Generation selber, ja, die einzige Alternative ist kapitalgedeckt für ihr Alter und für ihre Pflege vorsorgen. Darüber kann man reden, aber das hätten wir im Grunde vor 30 Jahren einleiten müssen. Frau Brunschweiger, warum sehen Sie eigentlich diese höheren Beträge auch als Strafe? Ich meine, wer kein Kind erzieht, hat in der aktiven Lebensphase tendenziell einen höheren Lebensstandard und bekommt im Alter auch Leistungen, die ja ganz oder auch teilweise dann von den Kindern anderer finanziert werden. Also warum können Sie diese höhere Beitragszahlung Kinderlose nicht auch als Solidaritätsakt sehen? Naja, also zwei Punkte. Zum einen, es gibt ja den Schweizer Ökonomie-Professor Rainer Eichenberger, den zitiere ich auch in einem meiner Bücher und der hat ja schon geschrieben, dass jedes Kind die Gemeinschaft, nicht die Eltern, sondern die Gemeinschaft de facto mehr kostet, als es mal einbringt, wenn man so menschenverachtend reden will überhaupt. Das muss man schon auch berücksichtigen. Also da kann man nicht einfach immer nur diese Mainstream-Erzählung verfolgen, als wäre das das einzige Ware. Dann müssen ja die Kinder auch erstmal Beitragszahler werden und so weiter und so fort. Und de facto habe ich zum Beispiel auch persönlich eine Studie durchgeführt für mein neues Buch. Und ich war hier bei uns in Regensburg in einem Seniorenheim und ich habe dann gesagt, also liebe Leute, ich möchte zuerst mal mit den kinderlosen oder kinderfreien Menschen sprechen. Und es hat sich nicht einer gemeldet, weil die Insassen waren ausnahmslos Väter und Mütter. Und dann muss ich halt schon sagen, wo sind denn jetzt deren tollen Kinder? Wieso kümmert sich die nicht um sie? Wieso sind die ins Heim abgeschoben worden? Also dieses Narrativ, das stimmt so einfach nicht. Okay, Herr Werding, sind Sie der gleichen Meinung? Also jede Heimunterbringung als Abschiebung einzustufen, glaube ich, ist schon arg übertrieben. Das müsste man sich sehr individuell anschauen. Und die Belastung durch häusliche Pflege können auch sehr hoch sein. Insofern ist das manchmal unter Umständen doch eine bessere Lösung. Aber darüber will ich jetzt auch gar nicht reden. Die Berechnung, die ich angestellt habe, zu den finanziellen Nutzen, die Kinder abwerfen für unser Sozialsystem, beziehen sich natürlich nicht auf die Schweiz, sondern auf Deutschland. Da müsste man mal gucken. Die Schweizer sind da eben auch wesentlich zurückhaltend. Da geben wesentlich weniger in diesem Bereich aus und finanzieren auch nicht so vieles über Umlage. Das Zweite ist so die Frage, werden überhaupt alle Kinder erwerbstätig? Werden sie sozialversicherungspflichtig erwerbstätig und so weiter? Das ist in meinen Berechnungen alles mit drin. Also jeder Zweifel, den man da haben kann, dass ja doch nicht alle Kinder jetzt eben den tollen finanziellen Nutzen abwirfen. Im Einzelfall mag das richtig sein, aber für den Durchschnitt geben wir eine Berechnung. Und wir kommen dazu, insgesamt zu Überschüssen, die ein Kind für das Sozialsystem lebenslang erzeugt, im fünfstelligen Bereich, 50.000, 60.000 Euro. Das ist als Orientierungsgröße zumindest der Größenordnung nach eben dann doch schon passend. Frau Brunschweiger, Sie sagen, Kinder auf die Welt zu setzen, ist nicht gut fürs Klima. Glauben Sie aber tatsächlich, dass dieser Klimawandel als Entscheidung für oder gegen ein Kind tatsächlich eine Rolle spielt? Naja, leider nicht. Das habe ich ja gesehen bei diesem neuen Saal, Stichwort, die höchsten Geburten seit 1998. Das hat mich schon schockiert. Aber vielleicht wäre es ohne mein Engagement noch schlimmer, kann auch sein. De facto ist es halt schon so, dass auch der Weltklimarat ganz klar ja diese zwei Ursachen für den Klimawandel benennt. Eben diese Überbevölkerung und Überkonsum. Und insofern sollte es zumindest bei mir zum Beispiel persönlich war das der ausschlaggebende Grund, wieso ich keine Mutter bin. Das muss ich schon sagen. Und ich kenne auch ein paar andere so Birth-Strike-Ladies, bei denen ist es schon auch ähnlich. Also es gibt verantwortungsbewusste Menschen, es gibt Radikal-Feministinnen. Also sowas ist zum Glück noch nicht ganz ausgestorben. Und davon müsste es halt leider ein bisschen mehr geben, wenn wir wollen, dass der Planet noch bewohnbar ist und auch mit Lebensqualität und so weiter. Und ich verstehe zum Beispiel überhaupt nicht, wie man sich seit der Corona-Krise noch reproduzieren kann. Ich meine, was mutigt dem armen Kind zu. Das muss jetzt maskiert in die Schule gehen oder hat Homeschooling, Social Distance zu anderen Kindern. Also das ist ja ein Verbrechen. Das kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Herr Werding, wir haben vorhin gehört, Kinderlose, die meinen ja auch, dass die Misswischhaft der Pflegepolitik, und darum geht es ja vor allen Dingen auch, dass man diese Pflegepolitik anders regeln wollte, dass man die auf Menschen ohne Kinder abwälzt. Sie sagen, die Politik hätte, wenn dann möglicherweise die Weichen auch schon viel früher anders stellen müssen. Aber der Bund zahlt ja auch nochmal eine Milliarde Euro dazu. Das haben wir jetzt auch mal an dieser Stelle erwähnt. Aber tatsächlich müssten nicht wirklich viel eher auch diejenigen zur Kasse gebeten werden, die an der Pflege verdienen. Zum Beispiel die großen Konzerne, die die Pflegeheime betreiben auch. Ich glaube, dass Pflegeheime in der Breite nicht wirklich ein einträgliches Geschäft sind. Klar gibt es da Einrichtungen, die dann auch entsprechend hohe Zuschläge nehmen zu den normalen Pflegesätzen. Aber das sind eher Einzelfälle. Pflege, gerade auch in Zukunft, wenn mehr von uns pflegebedürftig werden, wird tatsächlich finanziell immer so ein bisschen am Boden kratzen müssen. Das liegt auch an unserer demografischen Struktur, da die ausreichenden Mittel für zu mobilisieren bleibt schwierig. Wenn man jetzt hört, der Bund schießt eine Milliarde zu, das klingt toll. Aber der Bund hat natürlich überhaupt kein Geld, das er nicht letzten Endes anderen wegnimmt oder sich leiht und damit die Last in die Zukunft verschiebt. Ja, das heißt also, auch das will letzten Endes durch irgendwen finanziert sein. Durch Familien, auch durch Kinderlose natürlich und deren Steuern oder am Ende dann durch die Kinder selber. Hoffen wir, dass dieses Thema nicht zu großen Konflikten führt. Ich danke Ihnen beiden für dieses Gespräch. Vielen Dank, Frau Dr. Verena Brunschweiger und auch Martin Werding, Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum. Dankeschön. Tschüss. Bitte sehr. It. Dankeschön. Dankeschön. Los auch monopoly. Ich wünsche. sie sind die Red seamless. Vielen Dank.